Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Vorschau einzunehmen bei Cultivate Todesweber in der Weißkrone, auf diesem Luftschiff, Orgrim Summer, wie patrouilliert es auch hier in diesem Gebiet. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Das Ganze sollte euch aber auch in Viotelk classic helfen. Wir müssen hier verschiedene Bereiche besuchen. Das Ganze funktioniert ziemlich flott. Je nachdem wo dieses Luftschiff ist, ist der Weg mal kürzer, mal länger. Aber es sollte nicht lange dauern und das Gute ist, das Ganze funktioniert auf einem Flug Mount, beziehungsweise als Droide in der Fluggestalt. Finde ich gut. Hier erster Punkt abgehakt. Nun geht es in diese Richtung. Zweiter Punkt abgehakt. Das war hier. Erster Punkt war hier ungefähr. Zweiter ist hier. Dritter ist jetzt geradeaus. So, das war der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist gleich links daneben. Der Weg zu meiner Abgabe im PC wird jetzt ziemlich lange dauern, deshalb mache ich eine kurze Unterbrechung. Wäre cool, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr schon wisst, wo und bei wem diese Quest abzugeben ist. Und wer es nicht weiß, bleibt dran, euch wird geholfen. Bis gleich. Da bin ich wieder. Wir müssen auf das Luftschiff Orgrim Samar und hier ist es. Quest ist abzugeben bei Kultiver Todesweber in der Weißkrone auf dem Luftschiff Orgrim Samar. Das patrouilliert ihr in diesem Gebiet. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür gibt es in der Mitte hier auch so einen Abonnier Knopf. Nicht vergessen in den Kommentaren Link zum Twitch Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.